... Musik ... Snufkin ist gern allein. In diesem Jahr hat er sich am Flussufer ein Zelt aufgestellt. Dort wird er bleiben bis zum Einbruch des Winters. Mumin und seine Freunde sind gern mit Snufkin zusammen. Deshalb zieht es sie oft zu seinem Zelt am Fluss. Snufkin! Hey Snufkin! Oh, er ist nicht da. Er hat wohl unsere Verabredung vergessen und ist spazieren gegangen. Was gefällt ihm nur daran, immer allein zu sein? Also ich wäre ganz gern hin und wieder allein. Wenn du das meinst, dann kann ja jeder für sich gehen. Vielleicht treffen wir uns morgen wieder. Wir waren aber für heute verabredet. Ja, das stimmt. Wir waren für heute ganz fest verabredet, wenn du dich erinnerst. Ihr wart verabredet, ich aber nicht. Natürlich warst du auch verabredet. Eigentlich war es überhaupt deine Idee, bei Snufkin vorbeizugehen. Jetzt gehen wir zum Strand und sammeln Muscheln. Ihr wartet! Das ist Sniff! Wohin geht ihr? Ich will mitkommen! Ich beneide Snufkin. Warum? Einfach so. Wo mag Snufkin nur hingegangen sein? Vielleicht finden wir heute wieder mal so etwas Aufregendes wie diesen Hut. Ja, das war eine spannende Sache. Und der Hut ist wirklich im Fluss? Mhm. Ach, finde ich echt schade. Dieser Zylinder war gefährlich, wenn du bedenkst, in was für ein scheußliches Ding er mich verwandelt hat. Aber er hat auch Eierschalen in Wolken verwandelt. Ja, das war schon toll. Ich schau mal, ob ich eine Muschel mit einer Perle finde. Mumin, geh Mumin! Mumin, geh Mumin! Mumin, wach auf, wach auf! Und Snorkfräulein ist in Gefahr. Was ist denn passiert? Wir haben Fangen gespielt und da ist sie in die Grube von einem Ameisenlöwen gefallen. Komm, schnell, schnell. Ganz vorsichtig, vorsichtig, Snorkfräulein. Gib mir die Hand, so gib mir doch deine Hand, Sniff. Die Ameisenlöwe. Du willst also meine Grube zerstören, ja? Nein, wirklich nicht, ich bin reingefallen. Hör sofort auf zu schreien, sonst vertreibst du mir alle Ameisen und ich werde verhungern. Keine Angst, wir helfen dir. Ich wollte sie rausziehen, aber es geht nicht. Ich könnte ja als Mittagessen auch mal was anderes als Ameisen probieren. Hilf mir bitte. Du musst mir unbedingt helfen, Sniff. Was, wieso denn ich? Hab keine Angst, ich lasse dich schon nicht reinfallen. Du bist groß und stark, Sniff, jetzt zeig mal, was du kannst. Warum eigentlich nicht, ich werde dich fressen. Na los, Sniff, aber ich, äh, wieso? Reiß dich zusammen, du müde Flasche. Du bist selber eine... Oh, oh, hier ist die große Runde und der blüste Ameisenlöwe wird mich fressen. Halt mich fest, halt mich bloß fest, bitte. Oh, bitte, bitte, rette mich. Bitte, lass mich los, nicht los. Oh, du hält dich aus deinem Schwanz fest. Ich zieh dich los, komm, hilf mit. Ich zieh dich los. Ach, 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 ach. Ach, ach, ach! Ach, ach, ach! Ach, ach, ach. Ich zieh dich. Ja, ich zieh dich. Oh! Aaaaaaah! 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 Wo bist du denn nur gewesen, Snufkin? Das ist ein großes Geheimnis, Mumin. Ich sag's keinem. Der Zauberhut, er ist unten am Fluss auf einer Sandbank liegen geblieben. Na toll! Ich fürchte, dass jetzt etwas Schlimmes passieren wird. Was soll passieren? Wir hätten eben einen besseren Platz suchen sollen, als wir ihn weggeworfen haben. Ja, der Fluss war sicher nicht das Richtige. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Da drüben ist er. Er färbt das Wasser ganz rot. Oh, sein Zauber scheint immer noch zu wirken. Am besten, wir holen ihn uns, bevor er was Schlimmes anrichtet. Hoffentlich verschwindet dann das merkwürdige Rot wieder. Glaubst du, du schaffst es? Ich werd's versuchen. Viel Glück, Mumin. Ist alles in Ordnung? Äh, ja, ich glaub schon. Hast du ihn? Ja, gleich. Wahnsinn, das ist ja Himbeersaft. Was machen wir jetzt mit ihm? Wir können ihn ja nicht einfach irgendwo hinwerfen. Es könnte jemand hineinkriechen. Nein, das geht nicht. Aber wenn wir Wasser hineingießen, haben wir immer Himbeersaft. Das wär doch fantastisch. Aber wenn nun jemand hineinkriecht und sich in Himbeersaft verwandelt, was sollen wir dann machen? Das muss man genau überlegen. Wir müssen es einfach mal ausprobieren, verstehst du? Was ist los, Mumin? Du siehst noch so müde aus. Ich konnte gar nicht einschlafen und da hab ich lange gelesen. Ach was! Was denn? Und, was ein interessantes Buch! Hey, Quatsch, nicht so viel. Ich weiß, was du wirklich in der Nacht gemacht hast. Ich hab nämlich heute Nacht auch nicht schlafen können. Du hast sicher nur geträumt. Danke für das Frühstück. Bis später. Ich hab's eilig. Ich weiß, was du in der Nacht gemacht hast. Ich weiß es! Passt auf. Jetzt erzählt sie euch wieder ihre langweiligen Träume. Um was bitte geht es hier eigentlich? Ach, um gar nichts. Keine Sorge, Mummin, Papa. Da, schon wieder ist er abgehauen. Wenn's um was interessantes geht, lässt sich klein Mühe nicht abhängen. Ich hab rausgefunden, wem der Zauberhut gehört. Ja, und wem? Dem Kobold. Kobold? Ja, der Hemul hat mir nämlich erzählt, er hat den Kobold mal mit diesem Hut auf dem Kopf gesehen. Ganz sicher. Ich hab von einem Kobold geträumt, der auf einem Panther fliegt. Richtig, auf einem schwarzen Panther. Der Kobold ist immer auf der Suche nach Rubinen. Auf seinem schwarzen Panther reitet er durch die ganze Welt und jagt den funkelnden Edelstein überall nach. Dann hat er vielleicht seinen Hut beim Reiten verloren. Das würde bedeuten, dass er auch im Mumiental nach Rubinen gesucht hat. Kann es sein, dass er mehrere Hüte besitzt? Das weiß ich nicht. Vielleicht weiß er nicht mehr, wie und wo er seinen Hut verloren hat. Tja, das könnte vielleicht möglich sein. Also, ich würde gern mal was mit dem Hut ausprobieren. Sei bloß vorsichtig. Was denn? Ich glaube, dass all das, was man sich über Ameisenlöwen erzählt, furchtbar übertrieben ist. Auf jeden Fall brauchen sie Stunden, bis sie sich unten in ihrem Trichter eingegraben haben. Auf keinen Fall. Sie brauchen höchstens eine Stunde. Eine Stunde nur? Das ist wohl ein Witz. Eine Stunde reicht aus, um sich da einzugraben. Habt ihr da eben von mir gesprochen? Wir haben uns gerade gefragt, wie schnell du dich in den Sand eingraben kannst. Schneller, als ihr beide euch das vorstellen könnt. Mumin hat eben behauptet, dass du es in einer Stunde schaffen würdest. Aber das kann ich einfach nicht glauben. Na und Snufkin ist der Meinung, du würdest viele Stunden dazu brauchen. Das kann doch wohl nicht sein. Ich zeig euch mal was. Hast du das gesehen? Von wegen, er braucht viele Stunden. Na ja, immerhin hat er da unten schon ein fertiges Loch und da muss er doch nur noch einschlüpfen. Was redest du da für einen Blödsinn? Blödsinn? Ich kann mich, wenn ich will, überall eingraben. An jedem Ort. Wie wär's denn hier, wo ich stehe? Ja, genau hier. Das wär'n guter Platz. Wie ihr wollt. Ich grab mich überall ein. Gut, dann fang bitte hier an. Du hast gesagt, du kannst es überall. Ja, kann ich auch. Wahnsinn! Der hat wirklich nur eine Sekunde gebraucht. Ja, das ist tatsächlich ein ganz toller Bursche. Ja, toller Bursche. Warte, ich setz mich drauf. So, den haben wir erwischt. Also, ihr habt den Ameisenlöwen gefangen, ja? Ah, kleinen Müll. Sehr richtig. Du bist uns also gestern Nacht hierher gefolgt? Na klar. Hast du's den anderen gesagt? Du hast wohl einen Vogel. Ich verrate meine Freunde niemals. Hätten wir dich extra aufwecken sollen, am Ende hättest du noch Krach gemacht. Das nächste Mal weckst du mich aber. Das kommt ganz drauf an, wie sich die Sache hier weiterentwickelt. Und wie sich der Hut verhält. Oh, ich bin schon auf Wasser gestoßen. So was, mein Hund, ist nirgendwo zu entdecken. Wo hast du ihn denn zum letzten Mal gesehen? Hier irgendwo. Ich spür's bis in die Haarspitzen. So viel Wasser, das ist ja nicht zu fassen. Ach du meine Güte, vielleicht ist das schon das Grundwasser. Wenn ihr mich fragt, hat sich der Ameisenlöwe in was anderes verwandelt. Glaube ich auch. Also, ich denke, das genügt. Ich steh auf. Ich versteh nicht, dass er den Stein nicht wegschieben kann. Müssen wir nachhelfen? Das ist ganz schön gruselig. Los, dann einfach weg damit. Ist was mit ihm passiert? Drehen wir ihn doch mal um. Das Ding macht mich ganz verrückt. Nanu? Nanu? Sieht aus wie ein Igel. Unverschämtheit. Wartet, ihr werdet schon sehen. Lass das. Schupf mich doch nicht, klein Mühe. Los, beeil dich. Mumin, eben habe ich den Kobold gesehen. Was? Er ist es ganz sicher gewesen. Und meinst du, dass er seinen Hut sucht? Ich fürchte ja. Ich hoffe, du hast ihn gut versteckt. Im Keller. Ist das sicher genug? Ja, ganz bestimmt. Nur klein Mühe, du und ich wissen, wo er versteckt ist. Hm? Hm. Komischer Faden. Wenn der sich jetzt in Spaghetti verwandeln würde, das wäre ein Essen. Oh, wie schön. Oh, das gibt es doch nicht. Die jetzt aber eilig mit Wachsen. Mumin-Mama, Mumin-Mama. Da kommt was rauf, Mumin-Mama, um das du dich unbedingt kümmern solltest. Was denn? Ich finde, es gehen komische Dinge in diesem Hause vor. Hier in unserem Haus? Hm. Ein Baum wächst im Keller. Ein Baum? Nein, wie hübsch. Du meinst, meinst du etwa das da hinter dir? Ja. Er entwickelt sich erstaunlich gut. Was um alles in der Welt hast du angestellt? Nichts, nur einen Faden in den Zauberhut gelegt. Aber den hatten wir doch weggeworfen. Naja, wir haben ihn eben zurückgeholt und unten im Keller versteckt. Nein, nein, entsetzlich. Wir müssen sofort Papa Bescheid sagen, bevor es zu spät ist. Hoffentlich ist es nicht schon zu spät. Mach nur so weiter, Baum. Das gibt einen Weltrekord im Schnellwachsen. Und der Mumin-Mama hast ja richtig ein bisschen Angst gemacht. Möchtest du vielleicht Wasser oder sowas? Kannst du alles gern von mir haben? Tut mir ja leid, wenn ich störe, Papa. Was gibt es, Mama? Nichts Gutes. Nichts Gutes? Wie meinst du das? Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll. Ich finde, du solltest runterkommen und es dir selbst ansehen, ehe es zu spät dazu ist. Was? Zu spät? Das klingt aber gar nicht schön, Mama. Eher wie eine Katastrophe. Aber keine Angst. Ich werde dich beschützen. Mama, Mama. Das Gefälligste entschreibt dich von Papa in Ruhe, du komische Pflanze. Da versteht er keinen Spaß. Ja, 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 Schatz. Ich komme schon. Mama, hol mir eine Säge. Das ist ja, das ist ja eine echte Katastrophe. Tut mir sehr leid, Papa. Aber die Säge ist im Keller. Und da komme ich nicht rein. Dann werde ich sie eben wie unsere Vorfahren mit bloßen Händen brechen. Oh, je, das Mumienhaus. Komm her, Snog, Fräulein. Das macht viel Spaß. Was ist denn hier passiert, Kleinmühl? Ach, nichts weiter. Ich habe nur ein bisschen im Garten gearbeitet. Warte, ich komme. Katastrophen sollten keinesfalls so lange dauern, dass man deshalb aufs Frühstück verzichten muss. Du musst das von der positiven Seite sehen, Papa. Jetzt wird uns auf Jahre hinaus das Brennholz nicht mehr ausgehen. Und dieser Baum wird das eine Leere sein. Oh, den werde ich zeigen. Schau doch, Papa, jetzt blüht er sogar. Oh, und nun auch noch Obst. Pass auf, fall nicht. Du musst diese Früchte probieren. Sie schmecken wunderbar. Oh, nein, unser Haus. Kleinmühl muss irgendwas in den Hut gelegt haben. Mumin, wo bist du? Mumin! Snog, Fräulein. Ach, Mumin, ich hatte solche Angst, dass du noch im Haus sein könntest. Papa! Mama! Kleinmühl! Da kommen sie nie raus. Wir brauchen eine Axt oder eine Säge. Das Werkzeug liegt unten im Keller. Wie sollen wir denn dadurch die Zweige rankommen? Ach ja, dann suche ich jemanden, der uns hilft. Bemüh dich nicht, Kleiner. Bist du der Kobold? Ja, der bin ich. Mir scheint, ihr habt meinen Hut gefunden. Ja, euer Gnaden. Er hat oben auf dem Berg gelegen. Ach, du dicker Binsenbauch. Dieser Baumdorch entwickelt sich ja vorzüglich. Trotzdem hinweg mit dir! Was soll denn das auch? So, so helft mir doch! Hilfe! Ach, ihr Hut ist das. Ich muss schon sagen, wirklich sehr elegant. Ich bedauere, dass sie Ihnen Ärger gemacht hat. Ach, wir sind Ihnen ja so dankbar, dass Sie uns und unser Haus gerettet haben. Sehr freundlich, gnädige Frau. Könnte es wohl sein, dass Sie sich ganz zufällig im Besitz von Rubinen befinden? Denn ich habe gespürt, dass hier Rubine vorhanden sein müssen. Bitte, das ist mein Rubin. Mein Mann hat ihn mir zur Hochzeit geschenkt. Na, lassen Sie sehen. Ein sehr hübsches Stück. Aber es ist nicht der Königs Rubin, nachdem ich schon so lange auf der Suche bin. Der Königs Rubin? Seit vielen hundert Jahren suche ich nun schon nach ihm. Bis in die letzten Winkel der Welt hat es mich getrieben. Leider immer vergeblich. Wir geben Rauchzeichen, wenn wir ihn entdecken. Sie sind überaus gütig, gnädige Frau. Ich habe das Gefühl, wir werden uns wiedersehen. Sehr anständig für einen Kobold. Und nun schichten wir alle das Holz auf. Das reicht mindestens für zwei Winter. Ah ja! So war der Zauberhut auf Nimmerwiedersehen aus dem Mumin-Tal verschwunden. Zwar waren Muminens Eltern recht zufrieden, doch Mumin dachte ein wenig wehmütig an den gewaltigen Vorrat von Himbeersaft, der ihm nun entgangen war. Hinter den Bergen und Bäumen verborgen, da liegt momentan eine Welt ohne Sorgen. Beim nächsten Mal kommt wieder mit, ich führe euch dorthin. Im blauen Turmhaus hoch unter dem Dachlicht Mumin in Monschein ist immer noch wach und freut sich auf den nächsten Tag, was er bringen mag. Was er bringen mag. Sie lieben das Lachen und lieben das Leben, die Mumin. Sie lieben die Wolken und darauf zu schweben, die Mumin. So wundersam schöne Geschichten geschehen, in Mumin-Tal, ihr könnt sie bald wiedersehen, die Mumin, eure Mumin, die Mumin. und lieben die Mumin. wie bei Miguel Ku buildet ist, Für mich von 70 werden die Mumin. Sprechen Sie sich, ización.